Das kam unerwartet. Topmodel Lena Gerke ist wieder Single. Sie und der Sportmediziner Kilian Müller-Wohlfahrt haben sich getrennt. Das bestätigte ihre Managerin Britta Friedrich dem Magazin Bunte. Sie gehe jetzt eigene Wege. Warum sich das Paar getrennt hat und von wem die Trennung ausging, ist nicht bekannt. Auch neue Partner gäbe es nicht. Lena Gerke hatte die Beziehung zu Müller-Wohlfahrt zuerst im März 2016 bekannt gemacht. Der Zeitschrift Gala sagte sie damals, Ja, wir sind in einer Beziehung und ich bin sehr glücklich. Demnach waren die beiden seit dem Sommer 2015 ein Paar.